Hallo und wir sind zurück zu Railroad, in einer Aufnahme, die etwas länger gebraucht hat, wie gehofft. Das sind eh schon die Vorzeichen. Aus gutem Grund, beziehungsweise aus schlechten Grund eigentlich mehr, weil ich zu Weihnachten ordentlich krank geworden bin, zieht sich auch immer noch, ist auch was, wo scheinbar acht Wochen oder mehr gehen kann. In dem Fall hauptsächlich steckt sich das nieder im Energielevel, sag ich mal. Und nachdem ich ja arbeiten muss und sonst irgendwie durchs Leben kommen, darf sich YouTube wieder mal hinten anreihen. Heute war freier Tag, plus sehr motiviert, was zu machen. Und Update 19, 20 ist mittlerweile auch draußen mit ein paar spannenden Neuerungen, die ich auch anschauen, beziehungsweise nutzen möchte. Und apropos Neuerungen, können wir mal kurz reinschauen. Und zum einen gibt es hier, ah, da habe ich vorher schon geschaut, aber fangen wir vielleicht bei den einfachen an, hier, Relay-Sensor. Der ist jetzt so ein Early-Game-Sensor, hauptsächlich für so Kreuzungssituationen. Also geht es nicht darum, den Zug auf einem Pfad zu lenken, sondern einfach zum nächstmöglichen Signal. Das wäre mit diesen Perpetual Circuits vorher nicht gegangen. Und eben rot, da haben wir jetzt den Shunting-Sensor. Das ist so das Pendant zum Stabling-Sensor. Der ist ja zur Erinnerung dafür da, wenn ein Zug hier ankommt, der dann sozusagen eine Pause machen muss. Dann sorgt der Stabling-Sensor dafür, dass er das richtige Shunting-Yard findet, weil vielleicht möchte man ja nicht in diese Richtung wieder abfahren, sondern in diese Richtung. Und deswegen ein Sensor, der das eben checkt, abhängig von der künftigen Destination. Ganz praktisch. Und selbes, eigentlich ist der Shunting-Sensor, abgesehen davon, dass man ihn für Züge nutzt, die noch nicht am Ziel sind oder auch auf freier Strecke, glaube ich, kann man den setzen. Also um hier in dem Beispiel den Zug einfach zu wenden und rückwärts schon in den Bahnhof reinfahren zu lassen. Und das, was ich eben vorher ausgewählt habe, auf das freue ich mich fast am meisten. Das Loco-Coupling, da kann man wirklich Lokomotiven abkuppeln, zurückfahren lassen und hinten wieder ankuppeln. Wäre eine Alternative für so eine Schleife zum Beispiel, weil man kann es auch in Shunting-Yards machen, auch wenn es jetzt in dem Fall so vermutlich am praktischsten ist. Aber keine Ahnung, zum Beispiel in Berlin, wenn wir hier mal irgendwie einen Zug haben, der wieder rausfahren will, so ein Intercity oder irgendwas, dann könnte man eben die Lokomotive abkoppeln, am anderen Bahnsteig vorbeifahren, wieder ankoppeln und ja, weiter geht's. Genau. Und dann hat man noch eine Menge Kommentare von euch. Vielen Dank für zum Teil zahlreiche Hinweise auf Fehler, die sich zum Glück meistens von selbst gelöst haben. Und der Twellups hat mir noch geschrieben, mich entweder daran erinnert oder mir gesagt, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon gewusst hätte, dass man die Signale hier, dass man da quasi, ich glaube hier sieht man es ein bisschen besser, dass man hier bei den manuellen Signalen den Pfad da in der Mitte sieht, sie es quasi mit dem Mausrad selber bestimmen kann. Was ich sicher nicht gewusst habe, ist, dass sich das auch auf die Sensoren auswirkt. Also diese Pfade hier kommen quasi von der manuellen Einstellung. Also wenn ich das da so ändern würde, dann ist das jetzt auch beim Sensor so und das ist natürlich super, super praktisch. Ah und apropos super praktisch, ich habe noch was vergessen, was jetzt nicht ein Upgrade ist in dem Sinn, sondern eine grundsätzliche Verbesserung, sieht man vor allem bei den Verträgen, nehmen wir mal hier zum Beispiel, da sieht man es gut, die Berechnung der Strecke basiert es tatsächlich viel mehr auf dem, was das Spiel annimmt, dass der Zug tatsächlich fahren wird. Inklusive der Geschwindigkeit heißt, wenn wir jetzt neue Gleise kaufen, 120 kmh, nimmt man trotzdem immer noch die 75, weil das ist das, was er hier annimmt, das gefahren wird. Und das ist natürlich super für die Planung, viel, viel, viel genauer. Vorher war es ja so, er hat einfach die mögliche Höchstgeschwindigkeit anhand der Forschung angenommen und quasi so eine direkte Verbindung geplant. Das schätze ich auch sehr. Ja, und das ist die Frage, was haben wir vor? Ich denke mal, aus- slash- umbauen. Vor allem möchte man ja Berlin gut versorgen und das auch eventuell aus Richtung Ruhleben. Heißt, durch Charlottenburg müssen wir durch. Hier ist etwas unideal verteilt, Gleis 3 und 2 komplett voll, eins überhaupt nicht genutzt, da oben ähnliches Phänomen, halt mit Gleis 3. Das heißt, da mal alles ein bisschen verbessern, wäre mal so der erste Schritt, denke ich, für heute. Und dann Charlottenburg. Und ich habe einen Plan, ich habe auch eine Skizze gemacht, die mache ich mir am Nebenbildschirm gleich auf. Ich möchte Gleis 1 und 2 eigentlich Region, nein, nicht Regional, äh, Computer, also S-Bahn, 3 und 4, so Durchfahrtsgleis und 5 und 6 für die Regionalzüge. Heißt, wir müssen auch den Schanting-Bahnhof, den Abstellbahnhof, ein bisschen verlegen, weil 3 und 4 sollen im Endeffekt da direkt rauf gehen nach Berlin. Und ich möchte eben auch hier vermeiden, dass die Regionalzüge aus Gesundbrunnen, da dauernd so durchfahren, alles blockieren, das heißt, wir werden auch ein paar Tunnel machen, aber alles Schritt für Schritt. So, wo ist meine Skizze? Hier ist meine Skizze. Genau, und da drüben geht es eigentlich los in Ruhleben mit Gleis 1 und 2 zum Rausfahren und Gleis 3 und 4 möchte ich zum Reinfahren nutzen. Da ist mal das allererste. Und das ist auch einfach erledigt im Sinn von ich kaufe hier einfach das Gleis dazu, allerdings müssen wir den ganzen Fahrplan natürlich anpassen, vor allem mal die Züge vom Gleis 1 wegbekommen. Das sind ja fast nur die die nach Gesundbrunnen fahren und ich möchte tendenziell auf dem Gleis 4 und 1 die ganzen Regionalzüge haben und 2 und 3 die jetzt habe ich es schon wieder falsch gesagt 1 und 4 die Commuter und 2 und 3 die Regionalzüge. Ich bin es einfach so gewohnt, dass bei uns die langsamste Bahn die Regionalbahn ist, aber ist nicht mehr so. Bei uns gibt es mittlerweile auch eine S-Bahn. Deswegen Commuter, S-Bahn, langsamstes. Ich werde noch brauchen um mir das zu merken. So oder so, einmal Autosignal und eben jetzt ist die Frage, wollen wir das schon untertunneln? Wenn wir hier prinzipiell reinkommen mit den ganzen S-Bahnen, dann wechseln wir hier rauf und fahren Charlottenburg oder fahren unten rum Richtung Gesundbrunnen Gleis 1 und da würde ich so machen 1 und 3 ist standardmäßig rausfahren, reinfahren und das Gleis 2 so ein geteiltes je nach Bedarf. Genau und so gesehen brauchen wir auf jeden Fall das. Wir wollen es auch so rum machen natürlich und dann hier irgendwo eben in den Tunnel rein. Wie machen wir es denn am besten? Weil ich brauche ein bisschen Platz da oben noch. Warum sage ich euch dann gleich? Bzw. ich kann es auch jetzt sagen. Die Idee wäre, dass man vom Gleis 5 mit den Regionalzügen auch da rauf fährt und sozusagen die zwei sich hier treffen, da unten durchfahren und dann so ein gemeinsames ein gemeinsamer Ankunftssensor haben. Von dem her könnte man auch hier schon vorbereiten. Ja, das sollte eigentlich relativ einfach gehen. Wir wollen da ich glaube es geht sogar dass man es so macht oder ich glaube man kann sogar so ah Tunnel haben wir noch nicht die müssen wir noch kaufen oder freischalten vielmehr. Ich glaube man kann eben so und so gleichzeitig Tunnel bauen ich meine und was wollen wir noch genau wir brauchen natürlich noch einen Routing Sensor weil jetzt fahren wir quasi hier raus Richtung Gesundbrunnen aber nur vom Gleis keine Ahnung 4, 5 3, 4, 5, 6 oder so von denen und hier müssen wir dann anhand von einem Routing Sensor natürlich entscheiden am besten da natürlich damit man etwas so rum hier kann der hin aber hier sollte eigentlich das Signal hin weil möglichst viel Abstand der entscheidet dann quasi fahren wir Richtung Gesundbrunnen oder fahren wir Richtung Heerstraße genau das heißt eigentlich soll es ja da hin geht aber auch wenn wir da ein bisschen ein bisschen ein Schlenkerer machen genau der steuert jetzt ist einfach das Signal hier Heerstraße Wannsee hier geht es dann nach Gesundbrunnen und das können wir jetzt schon machen weil hier kein einziger Zug herfahren wird Richtung Gesundbrunnen solange mal die Gleise nicht umstellen genau also das ist mal vorbereitet und da müssen wir eigentlich auch so gesehen die Abfahrtsensoren nachrüsten genau und das wird dann vom Sensor gesteuert der sagt hier überall hin und hier Gesundbrunnen und das können wir auch schon problemlos kopieren weil im Moment die Züge nach Gesundbrunnen noch am Gleis 1 verkehren und dann brauchen wir das eigentlich auch nicht mehr auch ein bisschen Geld gespart genau dann funktioniert da nach wie vor alles ist aber schon ein bisschen vorbereitet genau und die sollten sich jetzt da oben irgendwo treffen mal schauen könnte man hier direkt schon rauskommen also so müssen wir dann noch upgraden das ist jetzt nur ein 40 kmh Tunnel und ja ab und zu muss ich natürlich jetzt laufen lassen weil wir für das Unternehmen sehr viel Geld brauchen treffen werden wir uns vermutlich hier oder da ist irgendwas schief gegangen aber ich da weiter gebaut habe dann bauen wir noch hier ein Signal noch rein dass wir uns gerade nicht leisten können dann route ich den mal schnell nochmal bis wir es uns leisten können also manuell aber vermutlich trotzdem gegangen ich dachte es geht nicht mehr weil da ein Fehler angezeigt wird aber das ist glaube ich nur für die für die Strecke nach da unten genau weil machen wir es so hier nach Gesundbrunnen dann können wir dahinter problemlos umbauen also wenn wir hier Sachen noch umbauen soll es trotzdem nicht kaputt gehen genau da brauchen wir deswegen ein bisschen Abstand weil wir führen die zwei ja zusammen heißt da nutzen wir jetzt glaube ich diesen neuen Sensor also den müssen wir auch erst freischalten der wie hieß er nochmal Relay Sensor der kann dann eben hier rein beziehungsweise hier rein wenn man uns leisten können also genau so da geht es noch nicht wenn man noch ah doch geht schon jetzt brauchen wir natürlich das Signal zu dem der hin zeigen wird und das wird dann irgendwo oder oben sein weil da müssen wir jetzt eben unten durch vorher noch das sollte eigentlich funktionieren dass man bis dahin also von da weg bis dahin gehen da müssen wir eigentlich nur mit der Strecke ein bisschen ausweichen so gesehen aber wird 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 so dann lösen wir das hier mal auf damit man möglichst wenig Bugs produzieren habe ich vorher was ausprobiert in eurer Abwesenheit und teilweise wenn ich das nicht dereserviere sozusagen und ein Stückchen abreiß und das andere Stückchen bleibt dann dauerhaft reserviert dann kann man Weichen nicht stellen oder Züge bleiben stecken also es lässt sich glaube ich in vermutlich 99,9% der Fälle lösen indem man was abreißt und neu baut aber trotzdem lieber vorher verhindern so No Money dann bevor wir irgendwas halbfertig haben machen wir es mal so jetzt sollte eigentlich der Tunnel Platz haben genau und wir können so raus und da müssen wir Kreuzungen und so weiter Weichen einbauen genau aber ich denke das sollte funktionieren das heißt wir könnten jetzt eigentlich gleich mal wenn das hier fertig gebaut ist die ganzen Züge nach Gesundbrun schon mal aufs Gleis 4 legen das ist natürlich die ganzen Gleis Verlegungen das muss jetzt da keine Ahnung wie viele Züge verlegen wollt ihr da immer dabei sein dann mache ich das zwischen folgen ich denke wenn es anbietet dass sowieso gerade eine Pause gefragt wäre dann können wir das gerne so machen dass ich das dazwischen aufnahmen erledige so und jetzt kommen natürlich alle noch am Gleis 2 an das wird sich ja auch dann auf Gleis 3 ändern das heißt so eine Konstellation zum Beispiel ist natürlich ungünstig weil die hier quasi auf dem Segment sich überschneiden aber wenn die dann runter rutschen und wir und wir sozusagen das zum Beispiel so bauen dann gibt es so gut wie nie ein Konflikt gut und vom Gleis 2 wollen wir auch da runter also machen wir es glaube ich lieber lieber so oder passt passt dann bis auf den ein oder anderen Sensor also das schalten wir jetzt gerade für den Moment noch so durch aber da werden wir auch uns dann gleich mal einen Sensor leisten können wir fast in Betrieb nehmen also 100.000 später so ungefähr oder noch mehr können drei Züge von Ruhleben nach Gesundbrunnen einen Umweg fahren das ist die Zusammenfassung der aktuellen Baumaßnahme aber im großen langen weiten Plan soll es ein bisschen mehr Sinn machen hoffentlich ja müssen wir im Moment sparen die ganzen Sensoren sind nicht billig wir brauchen was 15.000 kostet glaube ich der Ankunft Sensor genau brauchen wir zwei da oben wir brauchen auch mindestens zwei Abfahrtsensoren hier und hier dann also sparen wir ein Momentchen mal ein bisschen wegen den Verträgen schauen vor allem in Berlin ich hätte einfach gerne auch mal Intercity Verträge man sowas ist auch interessant aber ich lehne die jetzt mal ab eben in der Hoffnung dass uns Intercity Verträge reinspült das wären die die nur an einem Bahnhof halten eben in dem Fall hoffentlich in Berlin zum Beispiel keine Ahnung von Ruhleben rein Berlin ist dann Aufenthalt und dann wieder raus nach Wannsee oder wie auch immer genau die Situation die sollte man auch ein bisschen weniger haben künftig die spezielle da jetzt nicht weil der Regionalzug aus Ruhleben jetzt noch länger das Gleis nutzen wird ich hätte dann vor auch da einen Tunnel zu bauen dass er direkt aufs Gleis 6 kann aber das ist dann für eine vermutlich spätere Folge so jetzt können wir wenigstens mal schon die Ankunft Sensoren platzieren und ich glaube auch schon Abfahrt heißt eigentlich hier sehr wahrscheinlich mit den passenden Signalen und das ist ja noch relativ klar die sind einfach für die zwei die zwei sind für den Bahnhof Gesundbrunnen verantwortlich dann funktioniert das mal und genau das können wir jetzt eben auch machen da geht es hierhin weiter da geht es hierhin weiter und das kann natürlich auch gleich dauerhaft stellen das heißt abgesehen von hier einem Sensor damit man da nicht mehr das einstellen müssen haben wir alles für unsere erste Verlegung könnte man so gesehen eigentlich schon mal schon mal loslegen das sind ja nicht viele die kann ich so machen das sind eigentlich nur die hier die jeweils dann ab Gleis 4 fahren und Gleis 1 ankommen da sieht man es eben auch schön dass er da wirklich die Strecke hier schon annimmt das waren ja glaube ich wirklich nur 3 ja eben wie gesagt da muss ich jetzt hatte ich da nicht auf dauerhaft gestellt schon da noch den Sensor und jetzt haben natürlich zum Teil Konflikte weil hier am Gleis 1 andere Züge zu der Zeit ankommen aber sobald wir eben das Gleis 2 frei haben erledigt sich das auch so dann hier Sensor da geht's da fehlt uns noch ein Signal hier das muss sagen können hier geht's nach Ruhe leben falls mal brauchen und hier geht's überall anders hin weiß nicht ob der ist jetzt noch ob der noch Bescheid bekommt ja bei dem hat's hat's schon gegriffen sehr schön dann brauchen wir auch das hier nicht mehr dafür hier ein Upgrade und auch gleich das auf alle kopieren wunderbar dann haben wir unseren ersten nach Gesundbrunnen mal schauen ob er es schafft und dann ist Bauabschnitt 1 erledigt abgesehen von Geschwindigkeits Upgrades Tunnel müssen wir noch upgraden aber das funktioniert mal wie gesagt das ist natürlich nicht ideal hier diese Begegnung aber ändert sich auch noch und apropos das wäre eigentlich so gesehen der nächste Schritt aber eben das ist jetzt wirklich klick 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 arbeit da quasi alle Züge aufs Gleis 3 legen das mache ich zwischen den aufnahmen dann werden wir vorher das hier fertig bauen not possible weil wir gleich ein Stück noch brauchen so weil man ja nicht direkt wo ein Sensor ist anschließen kann genau und somit das müssen wir nur noch mal neu bestimmen somit könnten wir eigentlich vom Gleis 4 hier gesund Brunnen wählen Gleis 5 also eigentlich Gleis 3 4 5 hätte ich gesagt sollen das machen vielleicht ändern wir das später noch aber für den Moment da haben wir noch gar keinen werden wir aber dann bald mal brauchen deswegen habe ich kein Geld sonst hätte ich gleich eingeplant heißt der sollte jetzt gut der nicht aber der nächste der nach Gesundbrunnen fährt sollte schon den Tunnel nutzen wenn wir ein bisschen Geld sammeln müssen können wir mal schauen welcher das sein wird das müsste der dann sein 12 nach mal schauen ob alles klappt erfundlich nicht ganz weil doch hier das sollte das routing signal erledigen doch sollte eigentlich schon funktionieren super hat jetzt eine verspätung weil die strecke auch einfach wesentlich langsamer geworden ist durch die langsam tunnel öffnet müssen wir noch sachen anpassen aber hat auch funktioniert gut und dann und dann investieren wir jetzt gerade das geld schnell in die tunnel upgrades wenn wir es schon haben und direkt auch in die ich glaube in die restlichen upgrades hier wenigstens am vorfeld oder wie sagt man da sagt man auch vorfeld gute frage dann ist das erledigt mal ok ja dann würde ich sagen ich mache in eurer abwesenheit folgendes kein geld das hier weiter upgraden genau hauptsächlich in ruh leben soll alles vom gleis 3 nicht alles aber alle regional züge aufs gleis 4 und hier mal alle züge vom gleis 2 aufs gleis 3 kann sein dass es ein paar verschiebungen dann noch braucht aber die denke ich kann man dann zusammen machen aber mal grundsätzlich einfach nur runterschieben zur quasi selben zeit einfach da alles runter weil in so einem fall zum Beispiel haben wir natürlich dann Problem und da ist die Frage soll man den einfach verlegen soll man da einen streichen soll man es kompakter machen das können wir dann quasi zusammen entscheiden ihr müsst es auch akzeptieren was ich mache aber ihr könnt es bei der Entscheidung zuschauen so gesehen ok dann würde ich sagen geht es in ein paar Tagen weiter ich nehme jetzt gleich die nächste Folge auf und bis dort wünsche ich alles liebe als Gute bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschau für denk und papa